4. Platz 28 sind die Critical 28 Schleinen ab Ich habe dafür sogar einen Mod Key. Ja, ich auch. Ein meiner Mods. Weißt du, kennst du mein Menu? Äh, Fischi! 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 Blut genutzt und deswegen ist das wirklich laggy personal. Also bauen mit abbauen also. Locker ab kackelt der mich. Okay, ciao. Erstmal falschen Mod Key drücken. Ein Steve Scan bewundern. Ich kenne keinen davon, sorry, aber laggy ein bisschen. Drop! Fischi! die haben glaube ich ein bisschen rausgebaut oder ja ich baue ich war ja auch noch ab wo ich lege weiter sie reaktion das blöcke oder ja gut dann haben wir oben ja ich habe ja ich habe auch noch blöcke oder so da sind zuerst wenn auch da die sind alle da ja witzig deshalb wollte ich nicht zuerst springen weil das ist ja ja immer auf die rote so unnötig bei mir wir haben alle als ob ja ich leben ist er hat auch keine rote oder so können sie ja er hat mich auf karte kürz der darwinstig ist geburt warum kann er mich nicht holen ist schon sofort für morgen ja ein bisschen oben aber ich bin ich bin vier sekunden zu spät hoch was kann ich aber komm her ich habe 50 blöcke die namen werden echt immer kreativer ja schon wieder dieser tom aus die lokomotive skin ne der geht mir schon wieder auf die eier kommt als nächstes dann scharpe artikel kran muss hier safe gebaut werden haben wir wie eine base oder sowas haben wir in ihrem bau saß der volle kruppe da ja ab jetzt in der 60 nach oben ah junge ich staun bei marvin da ist ne base ne nächster 60 runterspringen bin down born trap mich gleich selber mann ja ich habe mich extra schon ich habe weißt du ich habe mich halt wirklich extra schon safe gebaut der kann mich nicht treffen ich werde wieder durch die wände geschossen mach dir im essen mit ich habe essen vier stück der bogen ist low deswegen schießt er nicht mehr dropper hast du was gedroppt ja oben oder marvin brauchst du irgendwas ja euch hast du schon eine energist naa süß ja bin da marvin möchte da immer mehr gegessen werden ey ne die bauen sich safe dass ich hoch kann weiter oder dass der bogen hoch kann von denen aber du kannst jetzt weiter hoch jung fischi bekommt noch weg dass er gar nicht mehr geht das ist ja normal ach du einer kommt hinten was bekomm ich noch weg also na bin da und marvin um strafen um das ist so lang ich mach den weg marvin über dir marvin über dir einer ist oben ich hab den wogen nice also ich wollte mal sagen ich hab den wogen also ich wollte mal sagen ich hab den wogen das ist doch der bist so das war so knapp ne der hat euch eben gecarried die hätte das ihr hättet oben nicht bekommen da ich hab ihm nen hit gegeben Deo ich hab ihm sogar nen hit gegeben ich hab ihm sogar nen hit gegeben ja der war der spitzfakt gell ich geb ihm mit ner scheiß tick äh mit ner scheiß tick mit ner hit und er gibt mir mit ner spitzkacke oder so ihr müsst jetzt halt sofort machen das klick auf marvin ach du wie bei dir marvin down ey das ist wirklich lächerlich dass der typ keinen noch bekommen hat wirklich jetzt sie bringt sie bringt nen bogen hoch ja aber warum hat der typ den einen bringt auch nen bogen hoch bringt auch nen bogen hoch marvin ist das noch ein voll equip da ja ohne equip oder was guck mal mal mach dir ruhig equip ganz gechill bleiben also ich bin jetzt oben ja du musst den aber auch erstmal bekommen ja boah man die kriegen doch alle keinen knockback ohne scheiß ja der eine hat halt selbst hey kirk kotti ich brauche ich brauche kirk sonst kann ich nicht hoch hab einen nice bogen ist am monstig achten kotti ja hat der eine so nen scheiß boxy oder irgendeinen müll ich mach gleich wretched meine fresse ich geh jetzt wieder hoch ja ja ich bin da ja der bogen steht wieder ja der bogen steht wieder dann können wir nämlich alle reporten das wird halt schon dann geobachtet werden ja ich bin oben ja ich bin oben ist da wer ich bin auf meiner base wen soll ich töten boah slow boah slow hab bo hab zwei kotti bin bei dir habt's drinnen oder hat ihr der typ ja wir hatten drei leute ich hab zwei fulleköpter und einen halfeköpter komm schon fischi dürfte eigentlich ich treff den kaum noch dürfte eigentlich oh mein gott fischi hast du das gesehen oh mein gott das war halt one click digga one click ey du hast gerade zwei one click hintereinander gemacht du hast zwei bleibs gebaut ja boah exos hast du einen topwrap frischi nein das ist das problem ich chill hier erstmal ne weine geh hinten drauf kannst du gold entsammeln kannst du irgendwie gold entsammeln ja wenn du mir sagst wo das gold liegt na fällt es ey digga geh hinten drauf und wapp bis der mate kommt weil danach wer ich mach mit sie nein nein war knapp war knapp hab keinen bock da die ganze zeit zu campen bin ich so der camper ja dann kam er SS war einer und das hält besser obwohl ich stehe eigentlich schon ganz früh aber das hält besser ist halt wichtig jetzt selten ist ok aber kämpfen wir oft warte wir könnten jetzt wir könnten jetzt first mlg holen ja dann macht's aber ja ok dann macht's ist ok die bauen nicht unten die bauen hinten was eigentlich ziemlich dumm ist jetzt boah hätte ich das gerade aufgenommen äh zyrex zyrex hast du mlg äh hast du koppel mein gott bin ich behindert mlg warte ihr auf adhs ARRRRRRRRRRRR Bro Bro Perfekt äh wenn ja ja ok dann wartet mich bin dann so der Clean-Up hab ihr auf 69 gebaut ja ne ja wie viel ist das hinten höher nicht ganz hinten ja okay als wenn der bogen so ein hat never never ich war jetzt mal wenn erst mal eine sidebase bauen ja ich habe gesagt ja ich komme jetzt hoch mit genügend blöcken für marvins zeit war es soll ich den team machen bringt nichts wir wollen jetzt eine schicht ja eine schicht ja aber die werden eine zweite haben 150 filze pack noch ein eis ich glaube weit nach außen brauchst du die gar nicht haben oder eher nach vorne ich mache ja ich mache zehn blöcke nach raus in die kiste oben aber instant nicht so zick zack ja ja wartet ab auf mich ja ich habe zwei tnt wenn es nicht reicht dann oder wenn ich denke dass nicht reichen sollte dann habe ich eine kiste da rein haben die jungen bauen die irgendwie wo dann den tschutz von die ich glaube das reicht sogar den tschutzung ist kaputt und dann nein nein die haben ein bisschen das bett ein bisschen fetter eingebaut das reicht eben nicht naja tnt das sind ich bin dauerung na hat sagt aber sidebase steht mal wenn die bauen jetzt die dritte scheur zweite schicht ja das geht sich nicht aus war wenn ein tnt springt das bett auf locker ja zwei schafe dazu soll ich ja ich weiß nicht was ich komme hoch die schafe ich habe keine schafe ich könnte jetzt ein schaf hochbringen wenn ihr wollt wenn ihr dann noch die gedacht habt zu wagen das wäre schon nicht schlecht welche höhe sind die das die zweite ebene die die jetzt gerade gebaut haben diese mit denen mit den schlangen da diese die wo nur die ränder sind keine ahne das muss der uns gut sagen die andere also die die ein höher ist oder nur bisher so ein paar blöcke mal die eine schicht auf die die er das eigentlich das einige nicht einhör strecken die einige das ist 61 darauf kommen springen ich mache was du meinst was ich bin auch noch daran erwartet ich bin jetzt da frag ich wurde runter geschossen schade ja der bogen das bringt nichts hinter jetzt zu machen machen ich habe ich habe zwei schafe guckt wie viel auf springen mit den schafen ja warte wir müssen 1 hier hinten in teilen wegen dem bogen damit der bogen okay alles klar nice aimboot an der stelle ich mach eins da damit der bogen ein bisschen abgelenkt wird mit der bogen halt ein bisschen beschäftigt ist ich kann noch ein schaf hoch ja der bogen ist gleich dauerung habe ich jetzt gedrückt erst one shot ach ja mal jetzt das war ein zu früh ich weiß aber bisher müssen laufen sonst wird das ganz oben stehen bleibt bleibt da okay ich würde sagen im bringt nichts mit dem tn das sind noch mal 30 ebeno leute rechts vom scorn als ob die so jetzt vorne sind die sind platz 28 die war oben oben nice sehr schön zu denen ja und den anderen auch noch was ist das jetzt hinten drauf was muss ich machen hinten drauf ist das das meinst du wie meinst du erwarte ich 169 hinten ja welches finden der turm ist springen turm ist springen turm ist springen und anderes laufen dauerung haben wir alles gewonnen zwischen nein die stadt der kopf steht noch in der kurze ja was wir noch etwas drauf der konzert er hat dich nicht wer unter dir schade Der hat mich null gerafft. Was ist das denn für ein Missgeburten-Schaf, Alter? Was ist in deinem Kopf falsch gelaufen, Mann? Junge! Ich leg ab dir an keinen Kopf. Meine Fresse. Ey. Ah, jetzt bewegt sich wieder. Direkt wenn du Pech hast. Ist er scharf? Christian? Was er in mir für Hilfe gedrückt hat. Und wie ich ihm da noch gegeben hab. Pascal macht den Hurenwurm. Dein Kill halt. Man, Pascal, du killst die. IP, LOL! Ja! Für mich halt an. Okay. Du scheiß Killstieler, Alter. Ja, easy. Was für die Idee ist, Alter. Ich schieß ihn vom One-Stack runter und Pascal rennt noch der Luminare in der Luft. Stopp, Jesus, Pascal. Lol, Junge. Nee, der wär aufm Weg gelandet. Gott, guck dir mal den Screen an. Das ergibt so keinen Sinn. Als ob die Runde geht. Äh.